Durch alle Zeitalter hindurch wurde immer gesagt, ohne Opfer gibt es keinen Sieg. Zwei Spezies im Krieg gegeneinander. Eine aus Fleisch. Eine aus Metall. Optimus Prime hat uns verlassen. Es gibt 100 Trilliarden Planeten im Kosmos. Da stellt sich die Frage, warum Sie immer wieder hierher kommen. Ich will hier bleiben und gegen Sie kämpfen. Und jetzt prallen zwei Welten aufeinander. Die Operation ist verendet. Wir geben nicht auf, okay? Und nur eine überdauert. Oh mein Gott. Vergib mir. Nein! Es begann als Legende. Eine der größten von allen. Tausend Jahre hielten wir sie verborgen. Um die Erde vor dem zu schützen, was auf sie zukommen sollte. Optimus Prime. Du hast deine Heimat zerstört. Suchst du Wiedergutmachung? Mein Schöpfer. Das tue ich. Ihre Tochter. Was würden Sie ihr sagen? Putz dir die Zähne, arbeite hart. Halt dich von Musikern fern, vor allem von Schlagzeugern. Es sind schwere Zeiten. Ohne Anführer regiert das Chaos. Zwei Welten prallen aufeinander. Und ihr allein steht dem im Weg. Vor euch liegt die größte Mission aller Zeiten. Ihr müsst das Blatt der Menschheitsgeschichte wenden. Nein! Prime, hör auf! Das kannst du nicht machen! Die Zerstörung von allem, was wir kennen und lieben, beginnt. Ich lasse dich nicht zurück! Wenn alles verloren scheint, können ein paar mutige Helden alles retten, was uns lieb ist. Die Operation ist beendet. Wir werden Prime nicht aufgeben, klar? Ich will hier bleiben. Und gegen sie kämpfen. Damit meine Welt leben kann, muss deine Welt sterben. Und gegen sie kommen und gehen. Sie sind. Aber es ist egal, wie viel vor allem von Lasik. Und gegen sie leben. ARD Text im Auftrag von Funk Sie werden gebraucht, Sir. Und zwar dringend. Sie wollen es wissen, nicht wahr? Warum Sie immer wieder herkommen. Ist das eine Entführung oder Ihre erste Transformer-Erfahrung? Nun ja, im Grunde beides. 1000 Jahre lang hielten wir sie verborgen. Die geheime Geschichte der Transformer. Hier, auf der Erde, um unsere Zukunft zu retten, müssen wir die Vergangenheit entschlüsseln. Nein! Ich brauche dich heute in Topf, Ombi. Hör zu, ich liebe dich, Mann. Was soll das? Ich sterbe. Das war nur ein Gummigeschuss. Ein Gummigeschuss fühlte sich an wie ein Durchschuss. Zwei Welten prallen aufeinander und nur eine überdauert. Verschalten! Ich will hierbleiben und gegen Sie kämpfen. Was war das? Das war ein Fehler. Tausend Jahre hielten wir sie verborgen. Um die Erde vor dem zu schützen, was auf sie zukommen sollte. Sie werden gebraucht, Sir. Und zwar dringend. Ich zerquetsch diese Metallkakerlacke für dich, Kate. Wer macht es? Mit einem verrückten India-Butler davonlaufen? Damit meine Welt leben kann, muss deine Welt sterben. Das bist nicht du, Prime. Hör auf! Nein! Ich will hierbleiben und gegen Sie kämpfen. Machst einen Aufhammer hart, hm? Das ist wahr. Das ist wahr! Die Schlacht steht kurz bevor. Jake! Ich brauch dich heute in Topform, wie? Jake! Hast du sie nicht für alle? Ich brauch dich heute in Topform, wie es gab. Two